So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist eine besondere Folge, die vielleicht nicht viele Leute interessieren wird, aber es geht eigentlich um Weihnachten und Weihnachtsgeschenke. Aber nicht für euch, sondern für mich. Boah, und passend dazu ist gleich alles unscharf geworden. Nein, verstehe das jetzt nicht falsch. Weihnachten rückt näher. Ja, und das ist das Fest der Liebe, geben, nehmen, hin und her. Manche Leute sagen, ja, Ramses, du gibst uns so viel. Die Zeit, die du da in den Kanalen immer steckst, deine Videos, die du täglich machst, deine Tastings, die Unboxings, die Raids, die Streams, die anderen Spiele, die Sachen, deine Realtalk-Videos auch, die Fragen, die du beantwortest, dass du uns in deinem Leben teilhaben lässt, alles. Wir würden dir gerne was zurückgeben. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Manche Leute spenden im Stream zum Beispiel was. Manche Leute machen eine Kanalmitgliedschaft, wo dann jeden Monat man denjenigen supportet, sozusagen. Manche, die meine Privatadresse haben, weil sie mich einfach angeschrieben haben und haben gefragt, ey, kann ich dir vielleicht mal ein Paket zuschicken? Ich möchte dir gerne mal ein paar Biersorten hier aus meiner Region schicken. Die kannst du ja mal testen oder in den Streams dann trinken. Ist auch schon oft so gewesen. Dann habe ich den Leuten, wenn ich dachte, okay, die sind immer dabei, den vertraue ich, den gebe ich da die Adresse einfach, dann können die da was schicken. Ist ja auch schon oft Fanpost gekommen, habt ihr ja gesehen. Für die Leute, die schon immer mir aber mal eine Freude machen wollten, die schon immer mal Danke sagen wollten und sich mir was Gutes tun, aber nicht die Möglichkeit haben, eine Kanalmitgliedschaft zu machen oder irgendwie was zu spenden, weil das YouTube sowieso alles sehr komisch ist, außerdem YouTube zieht ja immer 30% ab. Die haben natürlich die Möglichkeit, über die Amazon-Wunschliste Sachen, die ich mir rausgesucht habe, die ich da reingepackt habe, mir zukommen zu lassen. Das ist alles kein Muss. Keiner soll sich genötigt fühlen, irgendwas machen zu müssen, aber in letzter Zeit war auch wieder eine Frage. Timo hat zum Beispiel auch gefragt, ja, gibt es irgendwas, was du brauchst, womit man dir eine Freude machen kann? Ich würde dir gern was schenken, weil bei Weihnachten ist und so. Deswegen habe ich mich jetzt hingesetzt und habe meine Wunschliste mal nochmal ein bisschen aktualisiert. Manche gucken da öfters mal drauf, regelmäßig rein, wenn ich was Neues habe. Mir wurden da auch schon ganze Spiele drüber geschickt, also damals bei Arceos, ich habe das reingepackt, zack, wurde mir das gekauft vor dem Release. Danke an jeden, der also in der Wunschliste immer mal was bestellt. Die habe ich jetzt komplett aktualisiert. Die möchte ich euch mal zeigen, was da jetzt gerade drin ist und vielleicht sagt der eine oder andere, so 20 Euro für Weihnachten, das ist es mir wert. Oder 10 Euro oder 5 Euro oder nix. Einfach nur mal zu sehen, was bin ich für ein Mensch? Was ist in meiner Wunschliste drin? Wie ihr zur Wunschliste kommt, wollte ich euch auch hier nochmal zeigen, wenn ihr nämlich auf dem Kanal seid, ja, Ramses der Dicke und seid auf dem Kanal, gibt es hier die Übersicht. Videos, Shorts, Liveplay, das ist komisch gemacht. Videos sind jetzt extra. Vorher war alle, bei Videos war Livestreams, Shorts und Videos, alles in allem. Jetzt ist es nur noch Videos, Videos. Shorts sind nur noch Shorts. Und Livestreams sind auch extra jetzt immer in einer Rubrik. Also wundert euch nicht, wenn ihr mal was nicht seht, das ist jetzt alles unterteilt. So, hier gibt es hinten den Punkt Kanal-Info noch. Wenn man bei Kanal-Info guckt, da ist die Beschreibung eigentlich, die unter jedem Video ja auch zu sehen ist, da steht schon mal hier drin zum Beispiel meine Amazon-Wunschliste. Da ist ja auch der Link, wenn man diesen Link nimmt, in einem neuen Tab öffnen, müsste man direkt zur Wunschliste kommen. Alternativ müsste es natürlich auch möglich sein, dass man bei jedem Video, egal bei welchem, wir gehen einfach mal hier auf das Erste. So, da rennt so ein bärdiger Mann rum. In der Beschreibung, ist auch wichtig für die Leute, die mal sagen, wo ist denn die Beschreibung? Wir finden die Beschreibung nicht. Jedes Video hat hier unten eine Beschreibung. Die fängt hier eigentlich an. Hier ist ein Mehr-Ansehen-Button und wenn man da drauf drückt, klappt die sich aus und dann seht ihr die Beschreibung mit nützlichen Links, wie man zum Beispiel Futter für Adi spenden kann, Kanalmitglied werden kann. Hier stehen auch die ganzen Links zu den sozialen Medien. Das sind wichtige Tutorials, die für euch vielleicht interessant sind. Hier steht auch mein Pokémon-Unite-Code, meine Nintendo-Switch-ID, mein Empfehlungscode, mein Trainer-Code, steht alles hier drin. Und eben auch der Link zur Amazon-Wunschliste. Da müsst ihr nichts kopieren, da könnt ihr einfach drauf drücken und kommt auch dahin. Also unter jedem Video weniger anzeigen. Sieht halt dann so aus, ihr habt meistens das Video und dann sind hier die Kommentare. Das habe ich gerade ganz frisch hochgeladen, da ist gerade noch gar nichts. Dazwischen ist die Beschreibung. Für die Leute, die sich immer fragen, wo ist denn die Beschreibung? Da drückt man drauf und dann sieht man die ganze Beschreibung mit allen wichtigen Links und Sachen. Jetzt aber zur Wunschliste. Und da möchte ich auch gleich das Pikachu noch einblenden, weil das ist ja das Kanal-Maskottchen für den Dezember. Ich habe nochmal ein paar Zangel-Videos eben geguckt, habe mir nochmal ein paar Soßen rausgesucht, die er da so vorgestellt hat, die ganz interessant waren und mal auf ein paar Tipps von ihm gehört. Und habe jetzt auch mal so Probier-Pakete gefunden, die ich gerne testen würde, die ich gerne vorstellen würde. Weil ich esse gern scharf. Ich bin ein... Ich esse so gern scharf. Chilischoten haben mich umgebracht. Chilisoßen sind richtig genial. Deswegen habe ich mal geguckt, was es so gibt. Und hier ganz neu frisch oben drin ist zum Beispiel dieses Tabasco-Geschenkset. Fünfteilig. Für 20 Euro. Das sind... Ich habe normalerweise immer diese in der Mitte hier, diese Pepper-Sauce, dieses ganz normale Tabasco mit Stufe 3 von 5. Das ist das, was ich mir eigentlich immer gönne. Da ist zusätzlich noch drin zum Beispiel grüne Jalapeno-Sauce. Das ist das erste. Dann habt ihr die Tabasco-Chi-Bottle-Sauce. Das ist das zweite. Ihr habt das normale. Ihr habt die Habanero-Sauce und ihr habt die Scorpion-Sauce. Fünf verschiedene Tabasco-Varianten. Tabasco ist teuer. 3-4 Euro für ein kleines Fläschchen. So immer. Tabasco esse ich so gern immer auf Pizza oder irgendwelchen anderen Dingen. Deswegen. Die habe ich... Ich habe im Laden mal... Bei uns im Rewe gibt es nur die rote zum Beispiel. Ich habe im Laden mal gesehen im Kaufland in Meiningen. Da hatten sie auch die grüne. Da habe ich gedacht, okay, gibt es rot und grün. Aber hier gibt es eben ein Set für 20 Euro. Und werde ich mir vielleicht irgendwann selber kaufen. Aber ich möchte jetzt einfach trotzdem vor Weihnachten das erstmal da reinpacken. Muss dann auch immer gucken bei mir wegen Geld was wie wo. Und immer wenn es passt, werde ich mir selbst natürlich auch immer mal ein paar Sachen von der Liste runterholen. Das heißt nicht, die Liste ist dafür da, dass ihr mir alles kaufen müsst. Die Liste mache ich mir auch meistens als Merkliste. Und immer wenn ich gerade mal 20 Euro übrig habe, dann werde ich mir da halt auch mal was selbst von der Liste holen. Und dann ist das nicht mehr drauf. Wer jetzt aber Bock hat und sagt, nee, wir wollen dem Ramses was Gutes tun, kann einfach das in seinen Einkaufswagen packen. Kann das bezahlen. Und das wird dann automatisch an die hinterlegte Adresse von mir geschickt. So dass das bei mir ankommt. Ihr könnt sogar noch eine Grußbotschaft hinterlassen. Da ist meistens ein Zettelchen mit drin, wo ihr noch was draufschreiben könnt. So wie hier deine scharfen Soßen, du Schwein. Und jetzt brenn in der Hölle. Oder irgendwas kann man da sicherlich draufschreiben. Ich habe jetzt auf jeden Fall dieses Probierset von den Tabasco-Sachen hier reingepackt. Zankl hat hier diese Crazy Bastard, heißt es glaube ich. Genau, Crazy Bastard Soße, die eine mal getestet. Hat gesagt, da gibt es ja auch Bundles. Jetzt habe ich geguckt. Da gibt es auch ein Bundle. Das sind halt 38 Euro. Aber sieben verschiedene Crazy Bastard Soßen. Das sind halt Sachen, die nutze ich ja dann nicht privat. Die gehen ja auch wieder in ein Video rein. Also gerade unsere Schärfefreunde unter uns, die sagen, jo, wir würden gern mal wissen, wie dir die Soße schmeckt. Oder wie scharf welche Soße ist. Und testet das mal. Vielleicht auch ein Anreiz dafür. Also würde ich natürlich dann Videos dazu machen. Alle Tabasco-Sorten im Vergleich. Alle Crazy Bastard-Sorten im Vergleich. Alle Flying Goose-Sorten im Vergleich. Habe ich nämlich hier als nächstes da. Flying Goose ist auch dabei. Sriracha-Scharfe Chili-Soßen. Habe ich letztens auch im Video jetzt aufgenommen mit der Grün. Wo also nicht die Soße rot ist und der Deckel grün, sondern wo die Soße grün ist. War nämlich mit Hanf. Die war ganz speziell, aber das werdet ihr irgendwann dann sehen. Dann habe ich hier drin noch zwei so von Salt Folie. Da denke ich mal, das wird nicht so scharf sein wie die oberigen Soßen hier. Sieht aber lustig aus. Hier dieser Stormtrooper-Track mit den Stormtrooper-Soßen drin. Wie man hier sieht, der hält hier eine Chili-Fest-Hot-Stuff-Hot-Sauce. Der eine fährt. Und auf jeder Flasche hier zum ins Regal stellen sieht das Teil auf jeden Fall richtig genial aus. Wird jetzt nicht so ultra scharf sein, aber vielleicht kann ich da mal wieder auch ein Tasting mit der Mama machen. Und sagen, hey Mutter-Tier, hast du Lust? Ah nee, bitte nicht. Komm, wir probieren mal diese Soßen. Dann hier noch ein anderes im Feuerwehrauto. Dann hier von Mary Sharps, Red Hornet, Limited Edition. Die hatte Zangl auch letztens erst getestet. Denn hier kommen wir von den ganzen Sets weg. Und den Spielzeug-Sachen. Und hier haben wir auch einzelne Soßen. Wo man dann nicht mehr bei 40, 30, 20 Euro ist. Wo auch für 10 Euro einfach mal so eine Soße dabei ist. Mary Sharps, Red Hornet, Limited Edition, Trinidad-Skorpion-Hot-Sauce. Habe ich da reingepackt. Die Scovillas Dragonfire No. 1. Weil die auch oft beim Zangl immer getestet und genutzt wurde. Scovillas Hot Gourmet, King Naga Superior, Naga Moritz-Hot-Sauce. Steht hier auch drin. Dann haben wir die Mary Sharps. Die beiden habe ich schon mal gehabt. Die fand ich richtig gut. Die haben richtig gut geschmeckt. Deswegen habe ich die wieder mit reingepackt auch. Die Pure Mango Habanero Chili und die Smoked Habanero Pepper Sauce. Fand ich beide richtig genial. Wenn wir dann von den Hot Sources mal kurz wegkommen. Habe ich hier der Weiße Hai 1-4 Blu-Ray Collection reingepackt. Denn ich muss euch gestehen. Ich habe noch nie der Weiße Hai geguckt. Kennt ihr der Weiße Hai? Habt ihr den geguckt? Ist ja der Klassiker. So ein guter Film, sagen alle. Ich wusste gar nicht, dass es vier Teile gibt. Angeblich ist der dritte richtig schlecht. Der vierte hat sogar wieder die meisten überzeugt. Da habe ich gesehen, gibt es eine Box mit allen vier Teilen. Ist, könnte man machen. Ist jetzt nicht überlebensnotwendig. Da habt ihr ja nichts davon. Ganz ehrlich. Mir ist so ein Set an Soßen eigentlich lieber und besser. Deswegen habe ich das schon extra so angeordnet. Aber wer sagt, nee, du musst der Weiße Hai gucken. Der könnte auch sagen, hier komm, der Weiße Hai, fertig. Gleichzeitig Tremors 7 Movie Collection. Wer kennt Tremors? Tremors, Tremors im Land der Raketenwürmer. Auch ein Klassiker. Richtig trashig. Damals geguckt. Wusste ich gar nicht, dass es sieben Teile gibt. Hier eine ganze Box mit allen Filmen von den Raketenwürmern. Total bescheuert sicherlich. Aber muss man sich mal wieder angucken, glaube ich. Dann habe ich Halloween Ends hier reingepackt. Bin ja großer Halloween Fan. Habe alle Halloween Teile bisher geguckt. War auch bei Halloween Ends im Kino. Viele Leute waren enttäuscht. Ich fand den Film sehr interessant. Muss natürlich in meiner Collection mit dabei sein. Werde ich mir definitiv irgendwann dann kaufen. Wenn es keiner macht und mir zuvor kommt. Also macht euch darüber keine Platte. Das habe ich schon ewig hier drin stehen. Die würzigsten Instant Nudeln. Mukbang, Bull, Mawang, der Teufel des Feuers. Waren zwischendurch ausverkauft. Jetzt wieder wohl da. Aber ich habe so viele Nudeln jetzt noch gerade hier. Die ich alle eh noch testen muss. Auch die neuen Samyang Sorten und so weiter. Dass ich die mir erstmal noch nicht bestellt habe. Wenn sie jemand bestellt, okay. Aber ansonsten sind die jetzt gerade erstmal nicht so wichtig. Und wo wir gerade bei Samyang Nudeln sind. Ich habe gesehen, ich habe keine Samyang Bulldog Cheese Nudeln mehr. Ich habe so viele neue Samyang Sorten jetzt. Aber ich habe die, meine Lieblings Nudeln von Samyang habe ich nicht mehr. Die stehen also eigentlich immer hier drin. Die Samyang Bulldog Cheese. Die Samyang Yiyang. Die Samyang Carbonara. Die schwarzen Samyang, also die Originalen. Und das ist eigentlich alles. Die Too Spicy und so habe ich jetzt nicht mit rein. Wenn die natürlich günstiger wären. Und ihr seht was, Too Spicy kostet nur 10 Euro. Alle anderen kosten hier 14, 15 Euro. Wäre das auch was. Egal welche Samyang Nudeln. Samyang Nudeln gehen immer, sage ich mal. Das heißt, wer Bock hat, meinen Samyang Nudel Vorrat wieder aufzufüllen. Oder mir schöne Stunden mit Pupsi und dem weißen Hai zu bescheren. Oder sagt, hier gönn dir mal so eine Soße. Wollen wir mal gucken, wie die schmeckt. Oder wir wollen sehen, wie du und die Troopers hier zusammen mit dem Trooper-Buzz durch die Gegend fahrt. Oder machen heftiges Video. Alle Crazy Bastard-Soßen. Das ist also mein Gedanke dahinter. Alles kann, nichts muss. Ich wollte es nur mal zeigen, dass ich meine Wunschliste aktualisiert habe. Und da neue Sachen drin. So, wenn noch Fragen sind, schreibt es unter das Video. Wenn jemand was bestellt, dann Dankeschön dafür erst mal. Ich habe für euch auch für den 24. und den 25. auf jeden Fall noch zwei coole Sachen vorbereitet. Und noch zwei Specials. Es wird ein Musikvideo kommen am 24. Nennen sich dicke Weihnachten. Und dann sind spätestens alle in Weihnachtslaune, glaube ich. Da möchte ich aber keinen Einblick vorher zeigen oder alles. Deswegen schaut mal, wenn es soweit ist. Freut euch drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut. Euer Ramses. Tschüss. Anders Nordiner dos Tiret ist. Tschüss. Tschüss. inse mechanisms.